Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Outlast. Ist schon was länger her, seit ich die letzte Folge, ähm, äh, stopp, begonnen habe und, äh, abgeschlossen habe, so rum. Und ja, wir sind ja mittlerweile hier, ähm, in dem Abwasserkanal, wo dieser Dicke rumläuft. Und wenn ich ehrlich bin, ich... Ja, scheiße, jetzt habe ich die Batterie versaut. Scheiße. So, da hinten ist er, in der Dicke. Da. Ja, 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 ja. Ja, verpiss dich, Marshal. Ja, 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 ja. Okay. Leute, ich habe jetzt schon wieder dermaßen Schiss hier. Scheiße, da kann der auch lang. Du kleiner Spassi, Alter. Du kräßt mich nicht. Ich bin nicht. Heal mich, hei, 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 hei. Nein! Nein, nein, nein! Äh, scheißen Dreck, Alter. Du kommst ja nicht rein. Äh... Yo... Okay... Also Leute, ehrlich gesagt habe ich jetzt gar keine Lust mehr, dieses Spiel zu spielen. Erstmal ist das hier überall grottig hell. So, hier kann der nicht durch, das sieht man. Also hier kann der nirgendwo durchkommen, außer er bricht jetzt durch die Wand. Okay, Abspürventil Nummer 1 gefunden. Warte mal, N war das. Ich bin drin. Boardrider, das hatten wir schon. Und J war Dokumente. Nachwurf von Dr. Wornig. Das ist dieser Fette. So, warte mal. Wir sind ja eben reingekommen und dann sind wir in das linke Rohr rein. Wo wir gestartet haben. Wir sind ja rein. Ins linke Rohr. Dann jetzt von links durch die Unterführung durch. So, das müsste wahrscheinlich dann auf der rechten Seite genauso sein. Also ich hoffe es mal, weil... Sonst wäre es scheiße. So, die haben keine Zeit... Äh? Nein, die haben keine Zeitangabe. Das ist gut. Und... Okay, da geht's nur rum. Wir haben zum Glück abgekürzt. So, der Typ ist da. Das wissen wir. Na komm, lauf. Lauf, lauf. Geh rüber in das Rohr. Ich möchte sowieso erst in die Mitte und dann... Riecht's erstmal wieder in Sicherheit. Das ist so. Das ist so. Nein, der geht jetzt nach rechts. Warum geht's nur nach rechts, Alter? Na gut, geh da rein. Das ist mir egal. Geh weiter. Genau, da wo er jetzt rein ist, muss ich natürlich auch rein. Typisch. So, ich wollte mal eben hier nur kurz warten, weil... Vielleicht kommt der ja wieder raus. Weil ich weiß jetzt nicht, wenn der da drinnen selbst auf dem Rückwirtig ist, dann laufe ich dem natürlich jetzt genau in die Arme und da habe ich jetzt keinen Nerv zu, wenn ich ehrlich bin. Deswegen warten wir mal kurz, ob der jetzt auch wiederkommt. Obwohl, das bringt eigentlich auch nix, ne? Äh, soweit ich erwarte, kommt der dann nicht. Doch, da kommt er doch wieder. Genau, geh da rüber. Geh da rüber. Scheiße, lass zu. Okay, speichern, das ist schon mal gut. Oh, oh. Da kommt er wieder. Scheiße. Boah, da haben wir richtig gut gerade den abgepasst. Holy shit, man. Holy shit, Leute. Da haben wir ihn gerade richtig gut abgepasst. Ne, mach das mal aus, so. Bitte lasst ihn jetzt nicht da unten kommen oder sowas. Bitte. Ich habe keine Ahnung, wohin ich gerade gehe. Auf jeden Fall erstmal weg von dem Frick. Bitte. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Vielleicht so oder links, ich entscheide mich. Ja, geht aber hier. So, ihr seid alle tot, ne? Ja. Nein, die Batterie hält. Oh Gott! Man! Bitte lass mich jetzt nicht bei dem Frick wieder rauskommen. Bitte nicht! Alter, als ob ich da jetzt hochgehe. Das kann doch... Boah, scheiß'n Dreck, ey. Als ob ich da jetzt hochgehe, wirklich, Leute. Das kann doch nicht wahr sein jetzt. Komm schon. Ich hielt jetzt gerne mal in Ruhe. Einen ruhigeren Part. Neues Ziel. Finde einen Weg aus der Kanalisation. So, und ich glaube, hier drüben waren wir eben, ne? Fuck. Da wäre noch eine Batterie gewesen. Scheiße. Okay, ich speichern. Boah, langer Gang. Ist nie gut. Ein langer Gang ist nie gut. Oder? Könnte es diesmal gut gehen. Boah, langer Gang. Aber ich denke, ich kann verletzen. Aber ich denke, wir sind nicht nur... ...wählen. ...wählen. Ich bin nicht nur... ...wählen. D. Jonah, ich bin nicht immer mehr... ...wählen. Finde einen Weg aus der Kanalisation. Okay, das ist das Zwang. Nein, nein, nein. Oh, fuck this shit, Alter. Falsche Taste, ey. Das darf doch nicht wahr sein. Hä, wie nehm ich den denn jetzt mal auf? F? G? R? Ich bin so blöd, Leute. Ich bin so blöd. Jetzt hab ich zwei Batterien verschwendet für... Also auf keinen Fall R, du... Ich bin so blöd, Leute. Ich bin so blöd. Oh, nee. Das ärgert mich. Das ärgert mich jetzt aber so richtig. Ohne Witz, Leute. Das ärgert mich. Nee, 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 nee. Na gut, dann machen wir nochmal auf hier. Bäh. So, hier ist natürlich wieder nichts. Müssen wir wahrscheinlich dann da runter. Boah, bitte lass es noch ruhig bleiben. Bitte lass es noch ruhig bleiben. Bitte lass es noch ruhig bleiben. Okay, speichern. Links oder rechts? Female und Male. Ich geh nach Female. War klar. Gut, geh mal nach Male. Holy shit. Jo, der scheint tot zu sein. Naja, okay, weiter geht's. Mann, ey. Lass mich bitte einfach heil hier rauskommen. Was ist denn da? Ich könnte ehrlich gesagt nochmal eine Batterie gebrauchen. Ey, sag mal, Leute, was ist das? Da sind alle. Es gibt Gärme. Nein, 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 nein Holy shit, man! Ne, Leute, ich brauche jetzt erstmal eine kleine Pause. Ich würde jetzt auch erstmal sagen, hier ist ein kleiner Cut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen hier bei Outlast und freue mich, wenn ihr demnächst wieder einschalten würdet auf meinem Kanal, wenn es heißt, wieder Outlast. Bis dahin und ciao!